Erste Runde und mein Gipna ist so'n richtiger Clown, Jazzy, ja, äh, wie spricht man das aus? Die Identity-Teliskrise ist bei der Sicherheit grausig, denn die Hälfte der Community weiß ich, wie man dich ausspricht. Jetzt mal ehrlich, der Jesire ist tagelang am Plan, wenn man dich ausspricht, wirst du mit dem Interessanteres verwechseln. Du bist einer, bei dem man alte Battles recherchieren muss, das Wurf heißt allen doch nur, dass du hier niemanden nückst. Ich hab keinen Plan, womit du mich bedrohen willst, wärst du ein Faket, dann wärst du nur mit Styropor gefüllt. Ich mach nur bei Turnieren mit, weil ich gerne mal battlen will, du bist einer der Gründe, warum Battle-Rap übersättigt ist. Jazzy, ja, der Spaßbattle sind deutsche Fälle, butt auf, wenn man seine Runden guckt, wisst man nicht mal, das ist ein Challenge-Grab. Wieso mal zum Make-Kick diesen Loser hier raus, denn sich außerordentlich begabt sich an, du Kuchen-TV, ja. Jazzy, ja, was geht ab, ich guck mir deine Quali an, ha, 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 ha. Ich mein, ist das dein Ernst, ey, oh, dicker, dieser Ravi, ein junger Beat, den unroutiniert sagt, doch unroutinierter. Liegt so sattelfest und echt nur Kompetenz, was Text im Bezirk was sehen kann, hat bestimmt, ja, das ist ein Tupi, wer viel was. Und nennt sich wirklich hochbegabt, nee, du bist ein dummer Mann, ja, ja, ist ein geiler Mann. Keine Chance, lass es bleiben, Mann, doch komm hinten, Mann, klar, ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, ja, das sind 20, 21, 22, 23, 24, ja. Schöne 20 Bars hast du da. Ey.